Die Herren B, beziehungsweise Gemisch, Damen sind auch dabei, Klöffel beim Gerhard-Zinner-Turnier für Zweiermannschaften 2017. Am heutigen Samstag, 10. Juni 2017, Gruppe 1, Hess-Hattel, die ehemalige TSV Ansbach-Connection, jetzt beide beim TSV Stein. Dazu Klein-Werner, Möhle-Metzler, Brandmeier-Fischer, Gruppe 2, Pizza-Grumme, Petro Feth, TSV Stein, Spielt mit Tillmann Kislinger vom Gastgeber im Vorhaben, CFL im Unteraßbach, Geilurs, Lochner oder Lechner, glaube ich, heißt er sogar, und Meyerhofer-Eckertz. Dazu Jarosch, Marc Jarosch, ebenfalls vom Gastgeber, CFL im Unteraßbach, der Linkshänder spielt mit Bauer, TSV Winkelheit, Asfurter-Bertmann-Spielvereinigung Erlangen, auch sehr stark einzuschätzen. Knittel Grimminger und der ehemalige CFL-JM-Unteraßbachler Elmar Schlang mit Liman, beide jetzt bei Spielvereinigung. Haraldsbach-Torn. Letzte Gruppe, die vierte Gruppe, Hermann Besinger, Robert Mimitz vom Zeckern, Bartonitz-Korn, Schwabach und Friedrich Rommel. Das ist der Bruder von Christian, der spielt morgen 0A-Klasse, der Christian. Friedrich Bostes vor Bamberg mit Kai Rommel, SV Frensdorf.